Ey YouTube, was geht ab? Heute drei Kautschrumpen im Mongas. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn ihr habt, lasst gerne ein Like da, kommentiert und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir gehen rein. Hat dann sehr gut zu mir gepasst für mich. F. J. F. Warte, warte, warte. Wenn du wirklich rassist bist, aber du denkst, dass du schockst. Ich denk, du denkst, dass du schockst. N. Z. X. Ja, das passt. F. J. F. F. J. F. Tadis will auch noch dabei sein. Schreibst du die Leute? Kann ich mal... Ach so, spielt noch ein anderes Ding. Einmal auf offenen Chat, einmal auf offenen Chat und einmal auf... Europa. Ich kann nicht mitspielen. Seid ihr schon in-game? Nee. Kann ich mit Handy und so auch rein? Ja. Du musst ein neues Lobby machen, Digga. Du musst wieder ein neues Lobby machen. Ja, dann können wir auch eigentlich drei Imposter machen. Ey, ich bin nächstes Mal mit sonst. Ja, okay. Klaus an alle, die hier sind. Digga, wie voll ist der Discord? Hallo! Das war grad nicht Talis, oder? Digga, ich schwöre dazu, das war nicht Talis. Er hat sich so anders angehört. Das ist die andere Leitung, Digga. Ganz kurz, ganz kurz. Ey, ey, ey. Wo ist Alex? Miri! Hallo! Er ist doch da! Oh, Jungs! Das ist re-skaliert so sehr. Okay, wer ist der Letzte, der noch nicht drin ist? Alex. Me? Bist du schon bei Among Us drinne? I'm loading. Ja, wollen wir sonst drei? Ey, du hast nicht den Redestein. So zwei Imposter? Bei so vielen Leuten? Ja, ja, wir machen heute, wir machen heute richtig schwer. Seid ihr ready? Ja. Ich bin noch drinne. Let's go. Ich hoffe, ich bin kein Imposter, oder? Nein. Ich spiel doch Durak. Du bist noch 13 von 13 drinne. Ey, ich spiel Durak. Wir sind nicht 13. Äh, Alex fehlt noch. Jungs, Alex fehlt noch. Oh, Mann. Wir sind 14, Jungs. Ich bin nicht Imposter, Jungs. Ich bin nicht Imposter. Ja. Digga, wen hab ich so... Ja, wollen wir jetzt... Wollen wir jetzt... Wollen wir jetzt einfach wieder rausgehen, oder? Nein, dann wollen wir nicht. Hä, Digga? Ja. Ich hab dir so leichten, verdammt. Das war ich was, glaube ich. Er sagt das sogar in seinen Namen. Ehrlich. Was sagst du? Ich was? Okay. Ich bin's. Ich was, was? Ja. Nee, nee, nee. Aber was denn mit Alex? Jetzt ist auch gar nicht drin. Ich bin immer noch... Ich bin immer noch... Ich bin immer noch... Ey, diese Abstimmung ist... Wir spielen jetzt einfach ganz normal durch, ne? Ja, normal. Einfach skippen, oder? Einmal für so ein Witz. Wir spielen die ganze Runde ganz normal. Ja, ey. Einmal für so ein Witz. Einmal für so ein Witz. Wir spielen die ganze Runde ganz normal. Der erste fliegt schon raus, ich sag. Naja, das ist einfach gegen mich. Nein, das ist einfach gegen mich. Ey, ey. Was habt ihr denn gegen mich? Einmal durch dich, Leute. Ganz normal durch dich. Was habt ihr denn gegen mich? Oh, shit. So, mute. 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 Eieiei. Was ist das für ne Runde, Dig? Da muss ich auf jeden Fall erstmal Dings machen, ey. Fuck you all. Da muss ich auf jeden Fall erstmal... Alex, wir spielen gleich mit dir. David, spielst du auch mit denen? Antrieb unten. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Eww. Toll. Mach mir den Bittschirmvertrauen an. Ha, ha, ha. Okay. Hä? Äh, was? Was? Ey, ich war, ich war, Digga, so ge-invented grad, Digga. Holy shit. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ja. Du bist gewentet? Nein, ich war... Ich war... Direkt vor mir gestanden. Nee, oder wie heißt der denn? Nee, ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's war's. Glaube ich. Nein, das war nicht ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's, Digga. Ja, hallo. Ihr müsst aber auch dran denken, dass es Formwandler gibt, ne? Ach ja. Was? Das heißt, es kann jemand an... Also, dass jemand... Also, man kann sich verwandeln, dass man dann nicht sein Charakter ist, sondern aussieht wie jemand anderes und dann jemanden killt. Und deswegen hab ich das gelesen. Und ich dachte... Ich dachte, jemand heißt nicht wahr. Hast du was gegen Antisemitismus, oder was? Ja, ich... Ich bin ehrlich schon ein bisschen. Aber Simon, wo warst du gerade? Ich bin der Poli-Fan dabei. Ich sag's dir ehrlich. Ich war nur in der Cafeteria. Ich hab da nur gechillt. Bin einmal ganz kurz runter gegangen. Lüge, Simon war's. Nee, ich hab ihn gesehen unten. Und ich bin da so ein bisschen lost. Ich bin da so ein bisschen lost, weil ich den Lepp nicht geöffnet bekommen hab, wo meine Aufgaben waren. Dennis, Digga. Warum gehst du so auf mich, Digga? Wer... Nee, wer ist Dennis? Dennis, wer bist du, Digga? Wer bist du? Überspring, 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 überspring. Wir wollen überspringen. Wir wollen überspringen. Warte mal, Digga. Ich versteh's nicht. Digga, was habt ihr so Hass auf mich? Warum? 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 Wieso? Nein! Digga, das kann sich keiner vorstellen. Ich war's. Es kann sich keiner vorstellen, Mann. Warum seid ihr so dumm? Ich denke mal, alle, die tot sind, trotzdem ihre Tasks machen. Digga, so dumm, Alter. Holy shit, ey. Ja, nix. Digga, Tana ist auch tot. Ist das dumm, Alter. Meine Güte, Alter. Das ist ja crazy, ey. Nur zwei Imposter. Und die schaffen's aber alles. Ja, Digga. Also das ist echt... Oh, Alter. Göbbels, ey. Ich hab's doch noch geahnt, ey. Ich hab's doch geahnt, ey. Ist das schlecht. Leute, das könnt ihr euch doch nicht ausmalen. So ne Scheiße, ey. Echt. Holy fuck. Der Hund wird auf nix sagen. So. Ich weiß, wer's ist. Ich hab Göbbels gesehen, wie er in Schacht geklettert ist. Äh, warte, warte. Was? Wie ich jetzt aufgeklettert bin? Oh. In Schacht reingeklettert. Wo? Äh, bei Admin. Ja. Ist auch. Ist auch. Ey. So ein Guter, ey. Ich hab... Ey, lass mich kurz reden, Digga. Ich hab MadBase-Scang gemacht, bin dann hochgeladen, bin nach links geladen, hab... Warte, Simon, warte mal mal, der zum MadBase-Scang gemacht hat. Hä? Einer war... Er ist... Upper Engine ist an mir vorbeigegangen. Ey, darf ich uns mal was sagen? Ich hab die Leiche gefunden und ich hab gesehen, wie Admin... Es ist das Vorbeigeatmen und das ist... Ich bin's rausgelaufen. An der Leiche vorbei. Wer ist gestorben? Wo war da eine Leiche? Ich bin's! Direkt... Direkt bei Admin rein. Wen hast du gefunden? Er, ne? Wo warst du denn, Davis? Ich? Ich war Security. Ich hab das in der Cam gesehen, dass dann die Leiche liegt. Ich bin's dran vorbei und dann bin ich da schnell hingelaufen und... also beeintrieb durch Lager und dann da schnell hoch und hab die Leiche gemeldet. Digga, ich hab niemals gesehen, ich schwöre... Wie kann man denn die Leiche nicht sehen? Ich war... Ich war halt auch im Daten-Download. Ich hab halt überhaupt keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt jemanden wählen, oder? Ja, also Digga, ich... Ich würd sagen, ich bin's. Ich hab gar nichts gesehen, wie er in den Schacht gespürt. Digga, Alex, ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich hab... Warum denn Alex ist Davy? Ey! Achso, Davy. Ich bin's. Wer ist denn ich bin's? Wer ist denn ich bin's? Wer ist das? Achso. Ja, David, du Faumann, warum... Warum fackst du mich so aus? Oh nein. Wenn es er ist... Wenn er es nicht ist, dann ist es John. Und? Hä? Digga, das ist doch schlecht. Einfach irgendwas sagen, Digga. Was soll ich denn denn? Wenn ehrlich ist, dann ist alles ehrlich. Oh, Junge! Hä? Nein, die haben verloren. Digga, aber... So schlecht. So schlecht. So schlecht. So schlecht, Digga, also... Das kannst du dir nicht ausmalen, ey. Digga, wir können zwei Imposter das ganze Game hier regieren. Ne, ich check das nicht. Na, wir hatten Notfamilien gemeint. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er war's doch selber! Ja, würd ich auch sagen. Guck mal, warum ist eigentlich gerade keiner zum Licht gegangen und hat das repariert, Digga? Digga, weil ich dachte, keiner von euch macht das. Ich wollte meine Aufgaben machen. Äh, ich hab... Ich hab noch eine. Ich musste unten Schilde gehen, da hab ich noch ne Aufgabe. Digga, wenn die sind auf diese Teile, auf diese Achtecke da drücken. Wenn die im Kopf hätten Doppel machen, ist das Ding hier vorbei. Du bist arschleise, du bist arschleise. Hä, Junge, bist du bei den Shields da, äh, äh, bei den... Also bist du bei Shields? Nein, nein, ich bin da grad einmal durchgegangen, dann hab ich gesehen, dass keiner da, äh, die Electric machen wollte und dann wollte ich zur Electrical gehen, dann hat das aber auch schon gebootet. Digga, wie müsst denn jetzt... Also du bist, du bist da reingegangen und bist wieder zurückgegangen? Nein. Ich wollte grade, ich wollte grade Electrical reingehen und dann wurde aber auch schon, äh, gewotet. Electrical? Ja. Ich bin aber Shield, da hab ich eine Aufgabe gemacht, deswegen bin ich da runtergegangen, bin von da aus im Lager und dann wollte ich Electrical, äh, Electrical machen, weil ich dachte, einer von euch macht das früher. Hä, wie schnell bist du da langgelaufen? Ich bin direkt runter zu Shields, ich hab dich nicht gesehen. Oh mein Gott, Digga, ey, willst du mich flacksen oder was? Echt? Ja sogar, ich hab dich nicht gesehen, ich war direkt bei Shields. Achso, ja, John. Warum ich? Hä? Junge, nein, Digga, ich bin nicht mal ne Begründe, warum ich, Davis? Ne, aber ich muss sagen, tatsächlich, John war die ganze Zeit bei mir. Ja, aber was ist hier? Ey, wir müssen auf jeden Fall jetzt jemanden wählen, ne? Ey, guck mal, nein, nein, ganz kurz, das macht gar keinen Sinn. Ey, warte mal, David, ganz kurz, ey, ich hab ein Redeball, warte mal ganz kurz, warte mal. Nein, ich rede jetzt. Das kann nicht sein, ganz kurz, nein, das kann nicht sein, dass Davis mich die ganze Zeit beschuldigt, aber nicht ein Argument dafür bringt. Hallo, John, es ist... Ja, wie du redest, dass du so viel... Hieß es nicht, hieß es nicht vorhin, dass Göffeld irgendwie gewendet ist? Ah. Ja, aber das ist Quatsch, das ist Quatsch. Wer ist mir entgegengelaufen zweimal, das ist Quatsch. Aber, warte, wer ist überhaupt wer, Mann? Ich nicht. Ich bin wer. Ich bin wer. Ich bin wer. Ich bin wer. Wer ist John? John ist Agent Whom. Wer hat denn jetzt noch nicht gewählt? Du. Oh Mann. Ey, Leute, wir haben's verloren, wir müssen auf den Gleichen gehen. Oh, stopp. Boah. Wir müssen auf den Gleichen gehen. Ja, die Runde ist over. Digga, gleich kommt ein Double Kill und alle sind tot. Bin ich fertig? Ich glaub, ich bin fertig, ne? Hey, ich kann das nicht machen, oder das? Hm. Ah, so, warte. Jesus. Hä? Er ist doch, äh, Göbbelt? Er weiß, er nicht. Er ist nicht. Er ist nicht gewählt. Ich schwör, Göbbelt ist mir gerade entgegen gegangen. Ja, da hat sich immer verwandelt. also ich bin dafür dass es vielleicht maria ist weil die hätten gerade mit einem doppelkrieg gewinnen können doch hätte dir ich habe jemand also ich habe gerade die leiche gesehen da ist jemand weggelaufen aber ich habe nicht gesehen wie das also ich war gerade in security also und ich nicht war mit mir bei camps ich bin nach oben gelaufen also du ist nach oben gelaufen und die anderen sind runtergelaufen und goebbels auch und goebbels ist tot ich bin jetzt gerade in security auf jeden fall angekommen und dann war auf jeden fall hier dieses security ich weiß es die leiche ich bin durch die cafeteria in security gelaufen ja ja wo warst du denn davis ich war navigation also ich bin gerade bei waffen das macht gar keinen sinn der einzige komplett auf der anderen seite der map ist bruder weil ich noch meine aufgaben gemacht wenn electrical ausgemacht worden ist ja wie gesagt ihr seid ja noch andere da die das machen wie du auch letzte und gerade eben hast du die ganze zeit auf gestrichen wurde aber ich kann doch echt gut sein dass du das bist okay also jetzt wäre der grund dass du nach unten gegangen ist und hier wer wer war ja in security aber kann auch gewendet sein nach security ich bin durch die kaffee da standen aber auch zwei in der cafeteria die das gesehen haben müssten weil licht war aus mehr aber ich habe die ja auch gesehen ja aber das heißt doch dass du imposter bist ich bin ich bin ich weiß nicht an die ich vorbeigelaufen bin ich glaube ich bin an rot vorbeigelaufen das ist wichtig an kölsch ich bin mir halt auch nicht sicher und das ding ist gar mit zwei impostern der machen die zwölf leute kalt das ganze nicht ausdenken ich bin so gut und ich gehe als geist ich sehe goebbels wenden ich denke mir das ist goebbels digga ja ist er gar nicht mit dem geist du darfst du gar nicht reden jungen habe ich auch nicht ach so war schon nicht schlecht ey lass mal lass mal ohne die form man das spielen das ist nicht scheiße alle alle bleiben sind ok gut oh man ey da sind wir ich bin schwer du da maria verlassen maria achso maria ja ja du redest ja 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 aber ja 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 Boah. Leone, wo hast du die gleiche gefunden? Eh, Elektrik Kill, aber ich weiß nicht, wo Maria liegt. Maria ist rausgefahren. Nur in dem Fall, okay. Taner, Abi. Kann irgendjemanden... Also können wir bitte von Anfang an damit spielen, dass man den Leute... Dings... Bei mir läuft? Ey, wer ist Taner Abi? Wer ist dein Name, wer ist das? Taner ist das, natürlich, ja. Ja Taner, dann redest du nicht, brä. What? Bro, what are you talking about, man? Auf jeden Fall, ja, ich bin auf jeden Fall Camps gewesen, hab nix gesehen, aber das Einzige, was ich sagen kann, ist, Agent Who macht seine Aufgaben. Also der ist für mich der Einzige, der jetzt das Nichts, das ist. Agent Who? Man kann also einfach faken. Ja, Dick, aber so lange faken kannst du nicht. Ganz kurz, Bro, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich wirklich faken kann, Bruder. Wieso nimmst du mich jetzt auf einmal so diese Erzählung? Ja, das war voll random. Niemand hat gefragt, du hast einfach gesagt, ich bin Camps und Agent Who ist safe. Ja, Digga, ja, wir können doch einfach sagen, wir können doch einfach sagen, ja, wir warten bis wir fünf spielen, also nur dann sagen, wer ist, wer ist, wer ist. Außerdem, Hüsan, Camps, Killwan, Electrical und Camps, das kann man hinwenden. Also du hast dich einfach da, wie es fast gemacht hat. Hüsan kann das nicht gewesen sein, ich bin gerade von einem Ruf gegangen und Marken, No Insecurity als gerufen worden. Ich will doch einfach nur von Anfang an so spielen, dass wir Leute in Schutz oder Sass nehmen können. Ja, wir machen, aber das war okay, wie du es gesagt hast. Wen nehmen wir denn jetzt? Okay, aber ich seh mal sicher, wenn auf Camps sterben, Digga, sag ich auch nix. Warte, Digga, ich sag dir ehrlich. Ey, einmal bitte überspringen. Ey, kommt mal gleich mit einer mit zu Weapons, ich hab da diese Aufgabe, die sieht man ja. Aufladen. Ey, danach kommst du mit mir, weil ich hab die Schachtaufgabe. Ja, okay, Jan, du kommst mit mir, ich mach Weapons und dann mach die Schacht. Ey, ich mach nicht so ne Teamarbeiten. Ey, du musst noch Dings nehmen. Soldatik, das war's. Ey, ich kann gleich da unten den Müll wegbringen, wir sehen, wer kann mitkommen. Und er muss noch voten. Wer ist ein Er? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wer er ist. Dennis. Digga, ihr seid, Digga, ihr seid so lost jedes Mal, Digga, ihr ist so dumm. So wie ihn auch. Einfach lernen, mich rauszuhlen, Digga. Sturm, sturm, sturm. Meine Jute, ey, die haben's auch echt nicht drauf, ey. Digga. Wie schlecht war das bitte gerade? Ich weiß. Ich hab nicht gesehen. Ich weiß es, ich weiß es, er war es. Er war es, 100% er war es. Zu 100% er war es. Ey, warte mal, warte mal, warum er, warum wird das den Code eigentlich? Weil er jetzt gerade, weil er jetzt gerade wieder hochlaufen wollte zu atmen und da gerade, ey. Entweder hat er gesehen, wer es war, der muss jetzt sagen, wer es war, oder du warst es. Ich bin er und ich war gerade bei dem zweiten Alarm, den man ausschalten muss. Aber, ähm, Dings, irgendjemand ist gerade nach dem Alarm gelaufen. Nein, 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 blöf nicht, Junge, blöf nicht. Wer zu 100%? Blöf nicht, Junge. Ja, okay, 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 das kann sein, Jan, okay, aber irgendjemand ist gerade nach Storage gelaufen. Ja, das war er, das war die Farbe er. Nee, Digga, dann war es, haben wir immer noch Dingsfarbe? Nein, haben wir nicht, vorhin war ich auch noch. Ja, Digga, dann hast du scheiße geschaut, Digga, ich bin auf jeden Fall gerade bei dem zweiten Alarm. Also, sorry, den Code hilft dir, das war er. Das kann eigentlich nicht er gewesen sein, das war irgendjemand mit voll viel Accessoires. So, und ich habe gar nichts, Digga. Ja, entweder der bist du, oder Agent Who, ich war doch gerade mit den anderen. Ich war doch gerade mit den anderen. Ich kann Jan, du warst bei mir. Ich kann Jan zu 100% safen. Ja, okay. Das war das 100% nicht. Ich war die ganze Runde mit ihm. Und wo? Und wo? Du bist du? Wenn er irgendwas kaltiger hat. Ey, guck mal, ich sag, er, es ist, wenn ihr mich immer noch sass, kann ich gleich immer noch die Aufgabe machen, um euch zu zeigen, dass es nicht dann so. Ja, aber dann ist er, er hat rausgeflogen worden. Ich kann schon, 100%. Ja, ey, wir haben ja, Digga, ich habe nur seine Farbe da gerade gesehen, es war er. Aber das war eine helle Farbe, die man dann gelaufen ist. Entweder er oder Hüster, einer von den beiden. Wo war denn die Leiche? Ne, ne, ich weiß nicht, Leon hat mich am Ende noch gesehen, ich war hinter ihm. Ja, wo war die Leiche, Digga? Du, denn war Ager, denn bitte auf Erden. Ich war recht, weil O2 bin ich. Ich bin O2, Digga, macht das halt auch. Bei Electricity, Digga? Ja, ist so, heißt das nicht so? Ich war ein Stück durch. Ego war es, eindeutig. Ey, komm gleich mit mir, ich mach die Schlachtaufgabe. Ich komm mit dir. Nein, euer Jungs. Das war doch klar, das kann jeder machen. Kein guter Coach. Scheiß jemand dann, Digga. Scheiß jemand dann. Ich will auch gar nicht Impostor sein, um ehrlich zu sein, ey. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Er ist es auch. Okay, okay, also. Was, du hast den Reported crazy? Ja. Warte, Leiche? Also, Leiche ist electrical. Er passt einfach nicht. Leiche ist electrical, die Türen sind gerade aufgegangen, ich bin reingegangen. Da liegt eine Leiche und that's Chris kommt von oben. Ja, ich hab geguckt, ob da noch jemand stand, war da eben jemand reingelaufen. Warum solltest du, wenn du, wenn du in electrical bist, jemanden killst, warum solltest du da wieder rauslatschen, das ist voll dumm. Dann kannst du ja einfach wenden. Also, da wird halt auch jemand gewendet sein. Ja, und, wer, irgendjemand war Camps. Ich nicht, war Camps. Aber ich war ganz seltsam Camps, Digga. Ja, aber dann musst du ihn ja wenden gesehen haben. Dann muss er ja aus Mad Bay rausgehen. Nein, aber, der kann ja aussuchen. Ja, man kann auch aussuchen. Nee, der kann Mad Bay, äh, Camps oder einfach dableiben. Wer ist wer? Ich. Hab ich dich nicht da eben in electrical gesehen? Das ist ganz schön leise die ganze Zeit. Ja, ist auf jeden Fall in der Lage gewesen. Mama kam gerade bei mir ins Zimmer, deswegen hab ich auch nichts gesagt. Ja, ja, genau, jetzt schiebst du auf Mama. Nee, ist so. Aber ich bin auch gerade wieder in Communication gewesen, um Daten-Download zu machen, bis denn dieser scheiß Report kam. Noch ein Download? Mhm. Das ist Schons-Hass. Das ist S-Hass. Dann wählt mich. Ja, also entweder Dead Chris oder irgendjemand, der halt nach Mad Bay gewendet ist. Was anderes macht keinen Sinn. Wer kann mir vielleicht nicht so... Aber das ist so dumm. Warum solltest du jemanden in Electric Kick hin und dann nicht wenden? Ja, also genau wegen dem Argument, was du gerade sagst. Ja, stimmt. Die Boots kommen langsam heimlich von jedem. Was? Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Dann können wir gleich einen normalen Namen oder so nehmen. Wen habt ihr jetzt gewählt? Wer bist du? Ich mag auch. Ich mag einen normalen Namen nehmen oder nicht. Wen habt ihr gewählt? Nein, aber nicht so ich bin's, ich nicht, wer, er und so. Wen hast du gewählt? Dann komm's, Digga, ehrlich. Okay, und rein, Jungs. Ja, Digga. Digga, never safe in dem Poster. 100 Tonig Männer. Und Frauen natürlich. Oh, mein Gott. Nein, du bist klar. Ja, so klar. So schlecht. Wow, wow, wow. Goebbels lag in der Mitte. Junge, was geht ab? Wer ist Goebbels gewesen? Kam vom Lager hoch und da lag er in der Karte. Alex, wer bist du? Ich bin, wer bist du? Ah. Aha. Wer ist Davis? Das Ding ist, wer und ich bin's. Also ich finde immer noch wer. Ich war bei euch allen gerade. Ja, Dinge. Also ich war gerade mit wer vor dem Tor und es ging nicht um. Zu konfrontieren gedacht. Ich war da. Aber ich weiß es gerade nicht. Ich war ja mit euch alle Navigation. Und dann bin ich hochgelaufen. Das war mit zu Sass. Ich bin runtergelaufen. Digga, man kann einfach an den restlichen bestehenden Namen einfach eine komplette Konversation draus führen. Ich bin's. Wer? Ich nicht. Wer bist du? Ja, lass dich jetzt mal diskutieren hier. Ich dachte, du bist tot, Jan. Nicht reden. So, sag mal, erzähl mir, wo war die du? Es ist Davis. Hä? Ich bin er irgendwie bei Ich Bin's. Ich bin's. Ja, die beiden. Wir haben ja noch zwei. Wir haben ja sogar noch zwei. Ich habe nochmal einen Namen, ne? Also ich bin der Lust. Ist das crazy? Ich habe Davis gewählt. Ich will Ich Bin's. Ah. Ich will Ich Bin's. Ich will David. Ich habe gar nichts gemacht, ich war bei euch allen, bei euch allen, Digga. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war nicht mal da, wo die Leiche war, Digga. Scheiße, Jörg. Digga, wir sind jetzt abends an die schlechtesten. Du, mate. Wer so scheiße ist das? Hey, Digga. Es ist Davis. Es ist Davis. Alex zusammen und Alex sagt, er läuft von unten, von Lager nach oben, Digga. Hä? Seid ihr dumm, Digga? Also ich... Nur eine Runde? Ja, Alter. Digga, ich checke nicht, wie man mit zwei Impostern das schaffen kann, ey. Pssst. Okay, tschüss. Töte und sabotiere. Na gut. Oh, das Einzige, was man nicht verraten wird nachher, ist mit den Dings, ne? Mit den verschiedenen Aufgaben. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, welche Aufgaben man machen muss wo. Mhm, 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 mhm. So, Redeball geht an Monte Abi. So, die rennen wir auf, so lost in Reaktor. Also, ganz kurz, ich kann, nein, nein, warte, ganz kurz, ganz kurz, wo bist du? Ich bin Dr. Huhn, ich bin so lost in diesem Reaktor. Ach so, ja, 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 ganz kurz, lass mich mal kurz mal reden, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dich kann ich rausnehmen, weil wir haben beide gerade die gleiche Aufgabe gemacht und ich glaube sogar, dass du das wirklich verkackt hast. Also, ich kann Goebbels auf jeden Fall rausnehmen, weil ich hab gesehen, wie er Task gemacht hat und zwar diese im Lagerraum und er kann mich auch erproben. Okay. Aber wo ist denn die Läche überhaupt? Ne, lass mich mal ganz kurz, wo seid ihr denn gerade? Electrical Kill. Ich bin gerade bei Electrical. Und irgendjemand hat in Electrical auf jeden Fall versucht, einen Kill zu machen, weil die Türen zugegangen sind. Gut, weil, denn, wie viele Leute sind jetzt Electrical? Ich, ähm, boah, ich kann das, ja, drei Leute sind bei der Task. Das kann ich gut, also ich sage, ich sage, einer von denen der Electrical ist, gerade, der ist auch der, der den Kill gemacht hat, weil der Kill ist unten beim Antrieb. Das sind zwei Kills, ne? Ich bin von Storich gekommen. Ich wollte gerade sagen, Alex und Jasmin sind tot. Ja, ja, aber ich hab noch diesen einen Kill gefunden, ich weiß nicht, wo die andere Leiche ist, das weiß ich nicht. Also, ganz kurz, wir können ja jetzt noch skippen, ist ja gar kein Problem. Ich sage aber jetzt gerade, einer von denen der Electrical war. Wer wäre jetzt alles Electrical, einmal bitte sagen. Ich war Electrical mit Durbils. Ich, ich. Ich, du bist Igor, ne? Ja. Ja, ich kann Igor safe im 100%-Pro. Ich hab das gesehen, wie er den Müll rausgebracht hat. Okay. Und das gleiche kann ich halt auch bei dem Müll rausgebracht. Okay, Tana, du bist auch noch, Tana, du bist auch noch da drin, ne? Nee, ich bin ganz rechts bei, ja, keiner bei dem, wo man lenkt und so, ich weiß nicht. David, wo bist du? Wo man lenkt? Achso, ganz rechts auf jeden Fall. David, du bist doch stumm, wo bist du? David ist tot. Wer war denn? Wer ist denn David? David ist Alex. Oh. Oh, Alex ist okay. Ich bin Mr. Dr. Huhn. Wer ist denn David? Nee, ich bin David, ich bin gerade der Cafeteria. Aha. Sass. Miri, du bist, du bist Electrical. Ja, genau. Und Leon auch. Wer ist denn, wer ist denn? Also, als ich reingegangen bin. Ich sage Leon und Miri, Sass. Was ist mit der Irre? Ich sage Leon und Miri, Sass. Ich habe Leon schon im Lager gesehen und bin mit dem Lager gespringen. Was machen wir jetzt, überspringen oder? Ja, so, nämlich, ja, Agent Huhn. Agent Huhn ist ganz schön aggressiv. Ja, ich merke auch, Alter, da will ich ja irgendwelche Leute beschuldigen. Jürgen, er weiß nicht, ich weiß nicht, aber tatsächlich, hä? Ja, selber hat den Kill gemacht. Selbstgeported. Oh, ja, Digga, das ist mault, ha? Okay. Auf geht's wieder auf die Aufsage. Na, ist okay, der Double Kill hat schon mal funktioniert. Wir sind schon bei dem Ziel ein Stück näher. Ja, Digga, wann geht denn die Tür auf? Okay. Einmal nichts zu Massas ist und dann ist gut. Am besten noch einen Kill machen. Das war ja so kacke, ey. Also ich sage euch, ganz ehrlich, ich sage euch, Davis ist es auch, weil er ist mir ganz schön lange hinterhergelaufen und ich hatte Angst, eine Task zu machen. Ich hatte Angst, eine Task zu machen. Ich sage jetzt, Alex ist auf jeden Fall zu 100% raus. 100%. Ich bin fertig. Warte, 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 ich glaube, die ganze Zeit mit zusammen rum. Warte, 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 ich komme gleich mit zum Scannen, ich zeige dir. Ey, vote Leon schon mal, vote Leon schon mal. Miri ist auf jeden Fall safe. Er hatte vor, in Mad Bay hat sie den Scan vor mir gemacht, also ich habe es gesehen. Ja, und ich wollte, dass sie mit mir wieder zurückkommt, damit ihr das seht. Also nochmal, also Igge sagt... Ich hatte Angst, Digga, du bist mir so sasselnd hinterhergelaufen. Also ich habe meine Tasks fertig, ich war einfach die ganze Zeit mit mir hier. Igge, hast du deine Tasks nicht gemacht oder hat Davis deine Tasks? Ich habe meine gerade alle fertig. Ich habe noch diese eine Scan-Aufgabe, deswegen kommt mit. Ich habe meine gerade alle fertig, ich laufe die ganze Zeit mit Alex rum. Ey, Leon, was hast du zu sagen? Fehler werden gemacht. Ich habe nicht einmal an den Leon rausgekommen, aber gut, dass er das betont worden ist. Digga, ich schwöre, ich habe ihn gesehen, ich habe einfach reagiert, Digga, was soll ich machen? Und auf einmal waren da drei Leute. Alex, wir laufen weiter zusammen. Redet nicht, ich habe Angst vor dir. Hä, Junge, ich bin mit der Aufgaben fertig. Ja, ja. Also Alex kann das auch sein, oder was sagst du? So, Jungs. Alex kann es nicht sein, Alex ist raus. Ich gehe jetzt mit David und wenn ich tot bin, dann misst du. Mute, mute, mute. Jo, das wird auf jeden Fall nix, Digga. Ja, das wird auf jeden Fall nix. So, ich möchte wissen, ich möchte ganz... Ich möchte einmal ganz kurz wissen, wer war eben, bevor das angegangen ist, oben bei Antrieb? Wo es ab ist, oben links, oder? Ja, wer war oben links? Also ich weiß, dass Dr. Hoon und zwei andere das nicht waren, Digga, aber wer war noch mit dabei nicht? Also mit bei Madbay gerade? Wer war denn jetzt gerade eben oben Antrieb? Weil ich habe gesehen, ich war Admin mit Alex und dann ist jemand von Antrieb zu Klinik, also zum Klinik gewendet. Und dann hat er den Kill gemacht. Nö, also ich war auf jeden Fall im Campsatz. Also das letzte war ich im Camps, ey. Ey, warte, welche drei Leute mit mir waren gerade vor Madbay? Also ich habe... Dr. Hoon war das? Genau. Wer noch? Ich glaube... Ey, ich bin bei Security und ich war bei den Kameras, aber da war nur ich. Nee, ich war am Ende auch noch neben dir. Miri war da, ne? Miri war mal die Camps. Security kann man aber auch wenden, ne? Ey, John, wer stand gerade an der Tür? Ich war mit euch vor der Tür, Bro. Ja, Digga, dann gehe ich auf Hüsam. Dann gehe ich auch auf Hüsam, Digga. Ich auch. Dann war das so schlecht gemacht von ihm. Hüsam oder Ege? Also einer von den beiden. Ich war mit vor der Tür. 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 Wir hätten auch skippen können. Wir hätten auch skippen können. Immer noch mit dem Reaktormusik. Ja, Digga, das Ding ist, egal wie, wir müssen jetzt einfach alle nur noch zu dieser Aufgabe laufen. Er muss diesen Kill machen, das bedeutet, wir laufen jetzt einfach zu dieser Aufgabe und dann war's das. Ja. Aber Hüsam war's. Easy win. Einfach aus dem Hüsam vergriffen, Digga. GG. GG. Hüsam, du Penner. Bitte, nehmt mich absolut Detektiv Kone. Hä? Null Sinn. Einfach gesagt. Das war Hüsam. Einfach so, Digga. Wie die letzten beiden Runden auch. Du warst der Einzige ohne Alibi. Scann nicht.